Hat der eine-millionste Fall auch was bekommen? Irgendeine Überraschung oder so? Ja, Corona. Ja, schön. Also, ich lauf schon. Ich lauf auch schon, aber ich sitze. Wahnsinn. Fängt ja gut an. Hallo, liebe Leute, das ist Brennpunkt-Internet. Warte, 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 jetzt habe ich erst die Aufnahme gestartet. Das ist doch egal, wenn wir vorher nur geredet haben. Wir müssen nochmal neu, wir müssen nochmal neu. Tino, warum machen wir diese Woche wieder mit Herodes zusammen? Das war deine Idee. Hätte sich sonst keiner meldet. Hallo, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt-Internet. Wir haben hier zu Gast, der Herodes. Könnt ihr mich ein bisschen spektakulärer nicht ankündigen? Wie wär's denn mal mit Musik oder so? Wir haben uns gedacht, letzte Runde war zu professionell. Ich komm gerade in den Raum rein und alles leuchtet und überall ist Feuerwehr. Wir fassen die Events der letzten Woche zusammen. Und da wir das alleine zu zweit nicht schaffen, haben wir uns Herodes, einen Experten auf jedem Gebiet eingeladen, der hier diese Sendung ein wenig professioneller machen soll. Ein Mann mit Kompetenz-Kompetenz. Ja. Herodes, zu dir. Wer bist du? Wie war dein Tag? Also ich bin noch ein bisschen müde. Ich bin noch ein kleines bisschen krank. Ach du Scheiße. Und gestern hatte ich Vorsprechen. Krank sein ist ja noch in dieser Zeit nicht gut. Was für ein Vorsprechen. Ja, Tino hat glaube ich den Witz verstanden. Ja, toller Witz. Danke. Ich hatte ja wirklich gestern eine, ich hatte ja echt eine Art Vorsprechen gestern. Ich habe ein Casting-Video aufgenommen. Ja, ich weiß. Warst du dabei nackt? Nur untenrum. Okay. Ja, ohne Scheiß. Wer zieht sich denn in den letzten drei Wochen überhaupt untenrum irgendwas an? Das sieht doch keiner. Das stimmt. Eigentlich keiner. Heizung aufdrehen. Ich bin auf jeden Fall dieser Tage so haarig wie noch nie. Überall? Aber ich habe gelesen, dass jetzt empfohlen wird, sich zu rasieren während der Corona-Zeit. Ja, weil die Keimabar für die Keimabar. Weil sich die Beine nicht im Bad versetzen. Christoph Krachten hat sich rasiert, damit seine Maske passt. Und bündig abschließt. Echt? Eieiei. Herr Rodes atmet durch. Ja, wir sind für den Internet. Ich wollte, ich finde es jetzt unfair. Ja, wenn die Leute ja gar nicht wissen, wer Christoph Krachten ist. Der hat ja damals dieses YouTuber-Netzwerk Mediakraft ins Leben gerufen. Mhm. So ein Zusammenschluss aus großen YouTubern. Und der hat ja vor einigen Wochen selbst gesagt, dass er sich zu Hause zurückzieht, dass er für ein Jahr lang gehamstert hat. Und offenbar macht er ja jetzt einen Daily-Vlog über seine Quarantäne. Oder wie war das? Ja, also ich glaube, Daily ist es mittlerweile nicht mehr, weil er dann doch gesehen hat, dass so viele spektakuläre Sachen in Quarantäne doch nicht passieren. Aber er hält schon sehr auf dem Laufenden, was so abgeht. Also dass zum Beispiel auch die Zahlen gerade wieder, ich habe gestern erst mal wieder reingeschaut, witzigerweise. Weil ich auf meinem Kanal, wo ich die ganzen Livestreams hochlade, das ist ja mein Kanal von früher quasi, da habe ich damals einfach alles abonniert, was YouTube Deutschland zur Verfügung hatte. Und da ist er auch dabei. Und da wird mir das dann immer mal wieder angezeigt. So eine richtige Abo-Bitch warst du quasi. Ist echt so, ja. Abo für Abo. Ich bin einer dieser Abo-Leichen, von denen man überhört. Naja, ich merke schon. Naja, auf jeden Fall, Christoph Grachten. Leute, wir fassen die Events der letzten Woche zusammen. Und wir wissen ja alle, was für Events die letzten Wochen anstanden. Nicht so viel. Quarantäne. Und dennoch haben wir, Brennpunkt Internet, die saftigsten Themen für euch rausgesucht. Aber vorher eine Sache in eigener Mission. Vielleicht hat Tino ja auch irgendwas Privates oder Herr Roders. Bevor wir in die allgemeingültigen, global relevanten Themen einsteigen. Für mich gab es ein Event diese Woche. Und das finde ich schön, dass Herr Roders dafür da ist, um das zu besprechen. Nämlich... Ein Video? Nein, nicht Video. Ein Lied auf Video nicht? Marleen hat sich endlich mal wieder gemeldet. Ja. Also, für die Zuhörer jetzt, es ist einfach nur so. Also, ich hatte zwei Leute in meinem Leben, die ich mehr oder weniger durch Zocken kennengelernt habe. Die ich in irgendeiner Form ins Herz geschlossen habe oder als Freunde bezeichne. So. Und das ist einmal Kim. Man kennt es noch aus früheren Nostarafo-TV-Videos. Grüße an Kim. Und Marleen. Und bei Marleen gab es halt private Problemchen und dadurch gab es dann sehr lange keinen Kontakt. Und jetzt diese Woche, endlich mal wieder, habe ich von ihr gehört. Und nicht nur einmal von ihr gehört, wie das immer mal wieder passiert ist die letzten Jahre. Nein. Fast jeden Tag. Das ist schön. Das will ich hier neu erinnern. Also, ich habe, ich kenne Marleen tatsächlich auch, auch durchs Zocken 2013 immer GTA V gespielt mit einem Kumpel aus der Schweiz und da war sie immer dabei. Und wir haben uns halt so immer richtig blumig verstanden und stuff und haben immer voll den Spaß gehabt in GTA. Aber als ich sie dann zum ersten Mal live getroffen habe, hatte ich echt das Gefühl, die hasst mich. Ja, aber das liegt ja einfach daran, dass sie dann gesehen hat, was du für ein Typ eigentlich bist. Oder? Ach so, warte mal. Nein, aber, also weiß ich nicht, kann ich nicht verzeugen. Das kann ja auch voll peinlich sein, ne? Du kennst eine Person ewig schon online, seit vielen Jahren, dann triffst du dich persönlich mit der Person. Da findest du kein Gesprächsthema und das wird voll peinlich. Dann bist du extra irgendwie nach Wanne-Eickel gefahren, in irgendeinem Café und dann wird das ganz peinlich. Wohin gefahren? Wanne-Eickel. Das ist doch eine Story aus deinem Leben. Ne, die ist frei erfunden. Okay, na gut. Ich will's jetzt ja auch nicht zu privat machen, ja, und über irgendwelche Leute reden, aber vermutlich ist sie einfach nicht der Extrovertierteste oder so. Ich hab nicht das Gefühl, dass sie dich irgendwie nicht leiden kann oder so. Ja, aber ist auch kein Thema. Ich fand's nur irgendwie witzig, dass man halt, ja, wie gesagt, wenn man sich nur hört, ist man so, ha, 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 hi, hi, hu, hu. Ja gut, vielleicht waren wir auch gar nicht so, ha, ha, hi, und ich hab das einfach nur überinterpretiert. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon irgendwie fünf, sechs Jahre her. Ja. Insofern kann auch sein, dass ich Mist erzähle, aber ich fand's witzig. Und ich hab mich tatsächlich auch gefreut, mal wieder ihren Namen im Chat aufploppen zu sehen. Ja, großartig. Also ohne Spaß, das war halt, also gut, die Schwelle ist vielleicht nicht so gering und vielleicht bin ich auch gerade einfach ein bisschen durch Social Distancing und ich hab hier nur so einen schreiten Franz die ganze Zeit um mich. Vielleicht bin ich da so ein bisschen sentimentaler oder so, ja. Aber das war wirklich mein Ereignis der Woche. Das ist so schön. Kann sein, aber es hat dich berührt und das ist schön, ne? Ja. Und ich hab jetzt halt auch gesehen, wie viel Zeit vergangen ist. Sie hat ja sich damals, als sie zum Bund gegangen ist, die Haare kurz geschnitten und mittlerweile sind die wieder lang. Das ist halt so, Alter, weißt du, so dieses Gefühl, holy shit, wie lang das her ist. Naja, das auf jeden Fall in eigener Sache, kann man auch mal besprechen. Ich freu mich auf jeden Fall sehr. Berlin, schön. Liebe Grüße gehen raus, auch wenn ich sie nicht kenne. Ich hoffe, ihr geht's gut nach der Bundeswehr. Ist ja noch aktiv, die hält Deutschland zusammen, grad eben. Schön. Ich sag mal so, sollte eine Gamescom stattfinden, vielleicht sehen wir sie ja mal wieder. Ja, bisweilen wohnt sie auch in der Nähe von Köln, zwischen Köln und diesem Corona-Hotspot. Heidl's Berger. Heidl's Berger, genau. Genau. Ja, aber genug in privater Sache, das können wir dann hinterher besprechen. Auf jeden Fall freue ich mich, Event des Monats, Jahres, was auch immer. Kommen wir zu den Themen. Die Themen. Themen. Und wir kommen nicht drum rum. Ich würde sagen, wir haken jetzt erstmal ein bisschen Corona ab. Ja, das geht nicht anders. Das Daily-Corona-Briefing hier auch im Brennpunkt. Aber diesmal habe ich tatsächlich relativ viele Themen, die auch darüber hinausgehen, die vielleicht ganz witzig oder ganz interessant zu besprechen sind. Hat sich Herodes gerade ausgemacht? Was hat Herodes? Der hat sich gerade stumm geschaltet tatsächlich. Hat sich stumm geschaltet, ja. Das ist ein Sack. Okay, also dann gebe ich jetzt einfach mal ganz faktisch die aktuellen Zahlen durch. Das haben wir jetzt die letzten zwei Ausgaben, glaube ich. Oder haben wir schon drei Ausgaben gemacht? Keine Ahnung. Die aktuellen Corona-Zahlen. Denn, kleiner Applaus bitte. Wir haben die Millionen geknackt. Eine Million. Glückwunsch. Weltweit, ne? Ja. Oder in Thüringen. Nee, nee. Thüringen ist halbwegs human, würde ich sagen. Wir haben eine Million 26.000 Fälle aktuell. Davon 218.000 wieder gesund und 53.900 Todesfälle. Ey, das ist ja nur die normale Krippe. So, wir sind bei der normalen Krippe. Explain doch die Krankenhäuser. Ja. Hat der eine Millionste Fall auch was bekommen? Irgendeine Überraschung oder so? Ja, Corona. Na, außer Corona. Müsst ihr euch mal vorstellen. Weißt du, so ein Konfetti irgendwie. Von oben so, psch, Glückwunsch. So die Ärzte, die ganzen Tag gestressen, depressiv. Und dann so plötzlich kommt die rein mit Clowns Nasen und übelsten Konfetti. Und umarmen sich alle und verbreiten es noch weiter. Sing Heal the World. Auf die nächste Million. Ja. Dauert ja nur drei Tage. Sehr schön. Ach so, wir sind ja übrigens wieder im Radio. Da dürfen wir jetzt gar nicht so drüber reden. Liefen wir letzte Woche im Radio? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist auch irgendwie egal. Ja, nein. Was? Im Radio ist es sehr gut. Für eine TMI oder so, ne? Aber kam die denn an, die... Tino sollte eigentlich von der Landesmedienanstalt angerufen werden. Aber heimtückisch, wie er ist, hat er einfach eine falsche Nummer angegeben. Ja, aber aus Versehen tatsächlich. Ich habe einen Zahndreher drin gehabt. Ja, ja. Ich wäre herangegangen und hätte behauptet, ich wäre Dieter Bohlen. Aber rein... Alter, Dieter Bohlen, wo du den gerade ansprichst, gestern Nacht, ohne Spaß, was für ein Zufall, gestern Nacht, eins der letzten Dinge, die ich gemacht habe, vor dem Schlafen, ist mir den Instagram-Account von Dieter Bohlen anzuschauen. Alter, erkennst du den, Herodes? Ich weiß nur, er hat ja nach dieser Daniel-Kübel-Böck-Sache irgendwas mit I'm with the Ocean oder so, Pulli, irgendwie sein Mitleid bekunden. Das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe. Ja. Also man kennt ja Dieter Bohlen von seinem, äh, hier, du bist, deine Stimme klingt hässlich wie Kermit, wenn man hinten drauf tritt und solche schlechten Sprüche und so. Und auf Instagram ist er halt so richtig so, Smile von einem Ohr zum anderen, so, hey, na, Dieter's Tagesschau, das ist so strange, Alter. Ja, voll positiv, ja. Ja, aber halt so ganz, also ganz unangenehm irgendwie, es wirkt nicht wirklich authentisch, es wirkt eher so wie, yo, ich hab grad Drogen genommen, hihi, aber wenn er so natürlich ist, dann ist er super geil, ich gönn's ihm. Naja. Ja, der ist ja so neben Wendler so eine ganz komische Größe geworden auf Instagram. Ja. Dieter's Tagesschau und der Wendler. Die Leute, die Dieter-Bohlen-Fans sind, ja, also so irgendwie im Bereich meine Mutter, so in dem Alter. Die sind doch nicht auf Instagram, diese Leute. Ja, aber die haben ja auch, also, ich sag mal so, Dieter-Bohlen-Fans sind ja auch ganz viele, die halt dieses DSDS gucken und das sind halt Leute, die jetzt ungefähr in den Zwanzigern sind und die ganz jungen, die 14-Jährigen gucken das ja auch gerne, so. Ich hab mit 14 auch, gebe ich zu, gerne DSDS geguckt, damit sind auch Mark-Mettner-Grüße gehen raus. Ich glaub, die sind dann die, die auch dieses Insta konsumieren, aber ich kann's mir nicht vorstellen, das jemals zu machen, so. Also, ich find Dieter-Bohlen relativ uninteressant. Naja. Der ist auch außerhalb von DSDS ziemlich bekannt. Wir haben übrigens, das hab ich noch vergessen zu sagen, in Deutschland 84.700 Fälle aktuell und 1.100 Todesfälle. Können wir nicht einfach mal aktuell sein und am heutigen Sonntag, so Leute, wir haben 120.000 Fälle, so. Ja, aber naja, stimmt nicht ganz. Meine Prognose wäre eher so, äh, 101. Nee, das ist sogar, obwohl, da sind 7.000, ei, 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 Leute. Das könnte sogar hinhauen. Ja. Ich sag jetzt, ich bin jetzt einfach mal optimistisch und sag 98.000. Aber kennt ihr persönlich eine Person, die Corona hat? Ich nicht, nein. Ich auch nicht. Also, beziehungsweise, ich weiß von keiner. Es ist ein Fake der Regierung. Ist es doch nur eine große Verschwörung? Ja. Ach komm, labern, ich kann's nicht mehr hören. Ich kann's nicht mehr hören, es geht mir so auf den Sack. Ich mein, diese ganze Verschwörungsscheiße, bei allen Themen, die hochkommen, die wichtig sind, kommen irgendwelche Vollpflaumen und sagen, äh, Verschwörung. Mann, das sind wichtige Sachen, das regt mich fürchterlich auf. Das geht bei dieser Klimawandelscheiße los, ja. Ich hab selbst ein Weilchen dran gezweifelt. Und, aber bis ich, bis ich dann wirklich hingegangen bin und mich damit beschäftigt habe und dann geht einfach daraus hervor, Leute, haltet eure Fresse. Guckt euch eine fucking echte, haben diese Leute, diese Verschwörungstheorien aufsteigen, schon mal eine wissenschaftliche Quelle gesehen? Haben die schon mal ein Paper gesehen? Haben die sich einmal sowas angeschaut? Es ist ja das eine irgendwie. Diese ganzen YouTube-Propheten, die irgendeine Scheiße labern und sagen, öh, ich hab mal einen Prof gemacht vor tausend Jahren. Ja, und ich hab hier die Insights, die sonst keiner hat und öh, ich hab mich da besonders mit beschäftigt. Einzelperson. Währenddessen 20 Leute ein Paper schreiben, wo eindeutig drinsteht, wie es fucking ist. Entschuldigung. Mach weiter. Es geht nur darum, ich finde, eine gesunde Skepsis erstmal ist ja nichts Schlechtes. So, und dann kommt der Punkt, wo man sich so ein Scheiß-Paper mal reinziehen sollte. Gucken, ist das logisch? Und ist das, was mir die Vollflöte erzählt, dagegen gehalten, immer noch logisch? Und das ist meistens nicht so. Ja, es sind ja auch nicht die intelligentesten Leute, die solchen Verschwörungstheorien anheim fallen. Ja. Tut mir leid, ist halt so. Leute, die sowas verbreiten, wirken leider intelligent und das wundert mich total, weil das sind manchmal wirklich Doktoren und Professoren. Ja, richtig. Und wer hat das gesagt? Auch unter Professoren muss es schwarze Schafe geben, weil sonst... Also alleine durch Zufall, sage ich mal. Wie viele Professoren gibt es weltweit? Da muss ja auch jemand dabei sein, der halt irgendwie... Und es ist ja auch sehr spezielles Wissen, sage ich mal. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass die super... Alle unbedingt super intelligent sind, sondern die haben halt ein ausführliches Wissen in einem Spezialgebiet so. Ja, und auch die können ja den Verstand verlieren, wenn die irgendwie seit zehn Jahren arbeitslos sind und keiner will die mehr einstellen. Und irgendwelchen Studien oder Universitäten, auch dann müssen die sich halt Sorgen machen um ihre Zukunft, dann fangen die halt an, irgendwelche Verschwörungstheorien zu verbreiten, damit sie wieder annähernd relevant sind. Ja, und ich habe ja vor einigen Monaten hier im Brennpunkt erzählt, dass ich familienintern so das ein oder andere Problemchen mit... Hör mir bitte einfach auf mit der Scheiße. Und hör mir damit auf, dass sich Audacity immer die ganze Zeit hier leise stellt, immer wenn ich schreie. Das kanzelt das raus. Dass ich familienintern, was Impfungen angeht, so kleine Problemchen habe. Und siehe da, oh Wunder, oh Wunder, selbige Person hat auch so die Problemchen mit der aktuellen Corona-Krise, die ja völlig überzogen ist. Entschuldigung, das sind immer die gleichen. Ja. In mir entwickelt sich gerade so eine Wut, ne? Es ist halt, es ist halt wirklich, es ist einfach, es ist gelebter Dunning-Kruger-Effekt. Es ist halt wirklich so, man hat halt irgendwie so ein bisschen Wissen und meint dann aber sehr viel Wissen zu haben, obwohl man quasi nicht genug Wissen hat, um zu wissen, wie viel es eigentlich noch an Wissen gäbe. Oh ja, die dürfen doch dumm sein, meine Fresse, aber die sollen doch nicht rumgehen und irgendwelchen schlauen Leuten erzählen, dass die die einzigen sind, die wirklich die Wahrheit kennen. Oh, das gibt doch wirklich erschreckend, es ist, okay, ich sag's so, es gibt nicht viele, aber die, die es gibt, die sind fucking laut und fucking störend und fucking destruktiv. Und die sorgen dafür, dass sich so eine scheiß Kurve ewig nicht abflacht und ich am Sommer nicht ins Bad kann. Ja. Das ist das Schlimmste. Sehr gutes Stichwort, Herr Rodes. Ich weiß nicht, du hast es vielleicht nicht gesehen, Tino vielleicht schon, weil ich weiß, der ist Abonnent auf den Trends in YouTube, auf Platz 1, ist aktuell das neue Video von MyLab. Wer von euch hat das gesehen? Ah ja, die ist cool. Noch nicht, aber ist in der Watchlist. Ist mir bekannt. Keiner. Anderthalb Millionen Aufrufe aktuell, Platz 1 auf den Trends, Corona geht gerade erst los. Es ist kein sehr positives Video, kann ich sagen, aber es ist natürlich ganz gut gemacht. So, gewohnte MyLab-Qualität, bla bla. Und ich sage mal, es ist nicht die rosigste Aussicht, die da gemacht wird. Kann ich euch empfehlen. Und ich finde den Eindruck inzwischen, dass Corona wieder abflacht, weil es jetzt wieder heißt, dass die Schulen öffnen sollen. Okay, wer sagt das? Wer sagt das? Das habe ich in der Thüringer Allgemeinen gelesen. Ich muss ganz kurz schauen, wann das war. Es war erst heute, glaube ich. Ja, also ich kann natürlich dieses halbwegs wissenschaftliche Video jetzt nicht hier gut zusammenfassen, aber ich versuche es mal. Im Grunde sagt sie, was ja auch irgendwo logisch ist, dass man diese Zahl von 60 bis 70 Prozent Angesteckten, dass das ja quasi aktuell irgendwie das Ziel ist, aber dass das zum einen auf aktuellem Wege sehr lange dauert und nicht realistisch ist. Das Video kulminiert quasi darin, dass die einzige wirkliche Lösung oder das Ende dieser Epidemie jetzt für Deutschland gesehen ist, eine Impfung zu haben. Ja. Dass es bis dahin quasi weitergehen wird. Ja, das ist so. Das ist so der Schluss daraus. Also auch wenn man jetzt sagt, okay, die Zahlen gehen zurück, dann bedeutet das nur, dass man zurück zu dieser ersten Phase, zum Containment kommen kann, wo es sich dann halt weniger ausbreitet. Mhm. Und nicht, ja gut, in zwei Wochen ist alles wie gehabt. So. Also die Illusion wird sehr schnell genommen. Also nein, vielleicht wird es schnellere und bessere Tests geben und dass die Leute, die wirklich krank sind und ansteckend sind, halt schneller in Quarantäne kommen, wenn das halt wirklich da ist. Also billige, schnelle Tests, die in großer Zahl da sind, dann wird man die Leute, die halt das haben, wenn es dann irgendwie reduziert ist auf, weiß ich nicht, 10.000 oder 1.000 nur noch, dass man die halt sehr, sehr schnell in Quarantäne bekommt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dann Schulen wieder aufmachen können. Aber dieses 19.4. machen die Schule wieder auf. Das ist ja wirklich nur unter der Bedingung, dass jetzt meinetwegen die Gesunden exponentiell wachsen und die Kranken nur noch linear, sodass sich das langsam halt einholt. Und wenn es wirklich so ist, dass sich diese Vollpflaumen von Kultusministerien, Minister, die wir so haben, durchsetzen und trotz hoher Krankheitszahlen die Schulen öffnen, dann bin ich fürchterlich enttäuscht und noch wütender, als ich gerade war. Weil das bedeutet, dass die Kurve wieder höher wird und ich nicht fucking ins Bad kann. Nee, aber die Frage, ob das Bad überhaupt aufmachen ist, natürlich... Dann gibt es einen neuen über den Teller-Rant. Ja, aber wie, ey. Von Herodes. Ich bin eh skeptisch dieses Jahr, dass irgendwas noch stattfinden wird, von wegen Festivals, Konzerte, Freibad. Ja, Gamescom sehe ich halt auch echt schwarz, muss ich sagen. Ja, Gamescom sowieso nicht. Ist gefährdet, klar. Ja. Also schon alleine, weil es halt so unnötig ist, sage ich mal, weißt du? Also im gesellschaftlichen Kontext gesehen, da gibt es halt wichtigere Veranstaltungen, die irgendwie vielleicht eher stattfinden. Ja, aber ich sage halt mal, dass sehr, sehr viele Existenzen da dran hängen, dass die stattfindet, ne? Da kann man jetzt sagen, öh, die Wirtschaft, öh, die Wirtschaft, aber faktisch hängen halt auch Existenzen von Menschen dran, die sich halt dadurch finanzieren, dass dieses Event stattfindet. Klar. Deshalb wird halt versucht, also wird es jetzt noch nicht abgesagt. Die Frage ist natürlich, wir wissen es nicht, wir sind halt auf sehr, sehr exponentiellen Zeiten, ne? Kann auch sein, dass das so schnell weg ist, wie es kommt, wir wissen es nicht. Es kann da natürlich sehr, sehr viel passieren. Jetzt habe ich natürlich sehr schnell gesagt, der Impfstoff wird der einzige Grund sein, wie das aufhört. Natürlich können auch viele unbekannte Sachen passieren. Deshalb würde ich jetzt noch nicht sagen, öh, wir setzen, wir sagen was ab, was in vier Monaten stattfindet, ne? Klar ist das noch eine Frage der Beobachtung. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich spreche mal eine sanfte Empfehlung aus für dieses Video. Ich fand es schon ganz gut, auch wenn es jetzt nicht das Positivste ist. Ähm, ja. Hier lese ich es gerade. Thüringer Schulen starten Vollbetrieb frühestens Ende April wieder. Okay. Frühestens. In dieser Zeit, das haben wir übrigens noch nicht erwähnt, Amerika hat mittlerweile doppelt so viel wie Spanien, die Italien überholt haben. Ach krass. Und ganz bizarre Zahlen sehe ich zum Beispiel in Großbritannien und in Niederlanden. Ich hoffe mal, dass es damit zu tun hängt, dass es zu tun hat, Gott, oh Gott, dass es keine Meldepflicht für die Gesunden gibt. Weil in den Niederlanden gibt es halt sehr viele Tote und fast keine Genesen und in Großbritannien auch. 33.000 Infizierte, 3.000 Tote, 135 Gesunde. Das ist ein bisschen strange. Ja, das hängt 100 pro damit zusammen. Was ich gerade spannend finde, ist, dass das Robert-Koch-Institut seine Meinung geändert hat bezüglich Masken. Dass sie erst gesagt haben, dass Atemschutzmasken gar nichts bringen, aber jetzt gesagt haben, doch, liebe Leute, macht das mal. Tragt mal Atemschutzmasken, das bringt wohl doch was. Auch für Nichtinfizierte. Naja, ich glaube, das war vielleicht ein Kommunikationsproblem, weil, also, es bringt nicht so viel, soweit ich weiß, um nicht infiziert zu werden. Aber es bringt schon was, wenn du es halt selber hast. Und man muss ja quasi davon ausgehen, dass es jeder hat. Also, das Robert-Koch-Institut sagt, das Robert-Koch-Institut sagt, Masken schützen nicht. Ja, also, was die kommunizieren wollen ist, wenn du eine Maske trägst, bist du nicht sicher. Ja, das meine ich ja. Und es kann sein... Aber wenn man davon ausgeht, dass es alle haben, ist es ja schon vernünftig zu sagen, nehmt euch mal alle eine Maske. Ja, es kann sein, dass es andere schützt, wenn man selbst infiziert hat. Aber selbst darüber geben die keine sichere Aussage. Also, selbst wenn man jetzt krank ist und eine Maske trägt, ist man nicht unansteckend, nur weil man jetzt eine Stoffmaske trägt. Ja, man hat es ja trotzdem wahrscheinlich an den Händen und so. Aber es minimiert vielleicht einfach ein bisschen. Ja, aber selbst da ist man sich noch nicht sicher. Okay. Ich habe einen Blogbeitrag gelesen von Marc Benecke oder von seiner Frau Ines, die gesagt hat, dass Atemschutzmasken zumindest dafür sorgen, dass man mit einer gewissen Vorsicht in die Öffentlichkeit geht und sich nicht selbst so oft ins Gesicht fasst. Also ein psychologischer Effekt. Genau. Okay. Gutes Stichwort auf jeden Fall, denn in Jena wurde mir zugetragen, gibt es ab nächster Woche eine Maskenpflicht beim Rausgehen. Und Nordhausen. Die Frage ist, gibt es in Jena auch Masken? Das ist genau das Gespräch, was ich nämlich hatte, weil ich wurde da, ich wurde nämlich gefragt, würdest du das machen, wenn es da irgendwie, oder würdest du dann gar nicht mehr rausgehen? Ich würde sagen, wenn mir das gestellt wird von der Stadt, auf jeden Fall, aber ich will irgendwie nicht in der Verantwortung sein, dass ich, wenn es diesen Zwang gibt, dass ich mir jetzt irgendwie im Internet schnell eine Maske bestellen muss, wenn es die hier nicht irgendwie, also das fände ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich habe auch gelesen, dass wohl übergangsweise auch Schals funktionieren sollen. Hauptsache, der Mund ist bedeckt und die Nase. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Heronis, du bist ja in einer größeren Stadt, aber ich war jetzt vorgestern auf dem Bauhausplatz, wo ich meiner Meinung nach sehr gut alleine, also mit Abstand zu anderem Skateboard fahren kann. Und da waren so viele Leute, das ist unfassbar, da sind nicht so viele Leute, wenn kein Corona ist. Da waren Familien, die irgendwie mit zehn Kindern da irgendwie lustig Beispiele gemacht haben und so, alle aufeinander hingen. Da war nichts. Naja, ich sag mal, Familie ist ja erlaubt, wenn das nicht langsläufig vernünftig ist. Ja, aber das war nicht die gleiche Familie auf jeden Fall. Also das waren viele Familien, die ihre Kinder zusammengesteckt haben. Das führt mich wieder zu der Überlegung, wie asozial, wie petzend wäre es, wenn man im eigenen Interesse sagt, okay, ich werde das jetzt melden, damit sowas aufgelöst wird. Zum einen als Signal, zum anderen um die Verbreitung einzuschränken. Ich würde sowas im Moment nicht machen, aber ich frage mich halt, kann ich sowas melden? Wäre das vernünftig, wäre das schlau oder wäre das assi? Also wenn ich nicht mehr in Ruhe auf dem Bauhausplatz skaten kann, ohne irgendwie Kontakt mit anderen zu haben, man kann beim Skaten sehr gut Abstand haben, weil da irgendwelche Drecksfamilien rumhocken, dann werde ich sauer. Dann werde ich sauer. Und ich finde, durch dieses Petzen schützt man sich auch irgendwo vor diesen Kollektivstrafen. Wenn gleich es nicht unbedingt Strafen sind, sondern Vorsichtsmaßnahmen, klar. Aber der Fakt ist, durch dumme Leute wird man selbst eingeschränkt. Du meinst, wenn die Gesellschaft von sich aus sagt, sie ist vorsichtig, dass dann eben weniger Sanktionen kommen oder weniger Einschränkungen kommen vom Bund, von der Regierung? Ja, so ist es ja. Also wenn die Gesellschaft vorsichtig ist, wird die Kurve abflachen und dann braucht es keine Sanktionen. Hm. Naja. Wir können ja das so ein bisschen internationaler spannen. Da gab es nämlich auch ... Kurz vorher würde ich ganz kurz einhaken. Thema Großstadt NRW und massenrichtig tragen. Habt ihr diesen Beitrag gesehen, wo der liebe Herr Laschet zu blöd war? Der einzige Mensch der Welt ist zu blöd war, so eine Maske zu tragen. Der hat sich über den Mund gezogen, aber nicht über die Nase. Nee, habe ich nicht gesehen. Oh, sinnvoll. Okay, jetzt schicke ich mal rum, wenn ich es finde. Schick mal rum. Das würde ich gerne sehen, das Bild. In den Discord. Ach, Tino hat ja auch direkt was gepostet. Genau, ich habe den Link gepostet zur Pressemitteilung, genau, vom Robert-Koch-Institut, wegen dem Atemschutz. Okay. Und, liebe Leute, die Spargel-Ernte ist gerettet. Oh, echt das ... Alter, warum reden so viele Leute über Spargel? Spargel hat überhaupt keine Rolle in meinem Leben, das ist unfassbar. Ja, in deinem vielleicht nicht, aber im Leben der Deutschen. Aber ist Spargel denn so ein Grundnahrungsmittel? Es fühlt sich an, als wären es Kartoffeln. Nee, Spargel ist in meinen Augen noch weniger. Also zwei Fragen stellen sich mir. Zum einen, was zum Fick haben die Leute mit dem Spargel? Und zum anderen, warum fragt mich keiner, ob ich den ernten will? So, ich hätte Bock auf Feld, ganz ehrlich. Ja, dann geht doch. Naja. So, was ist jetzt mit dem Spargel, Tino? Ich habe gelesen, dass die Regeln jetzt gelockert werden, dass jetzt doch Menschen aus Osteuropa einwandern dürfen, um den Spargel zu ernten. Okay. Ist doch toll. Es gab irgendwie so einen 1. April-Spaß. Hahaha, 1. April, juhu. NostarafoTV hat auch ein Video hochgeladen, war nicht ganz das, was gedacht war, aber ... Es ist übrigens aus Versehen online gegangen. Ich hatte das vor einem halben Jahr hochgeladen und völlig vergessen. Egal. Was ich sagen wollte, es gab irgendwie einen April-Scherz von dem, welche Politiker müssen zur Spargel ernten und man solle sich doch bitte morgen früh XY da treffen, 6 Uhr in der Früh zum Spargel stechen. Das hätte ich gerne gesehen, wie Bernd Töcke dann da am nächsten Morgen aufkreuzt. Ja. Naja, das auf jeden Fall zum Spargel. Können wir jetzt international erwerben? Oder hast du noch so ein Spargel-Thema? Nee, ich habe noch ein ganz regionales Thema. Und zwar Weimar ... Corona, ja? Ja, klar. Okay. Wir kommen da nicht von weg, ey. Es ist zu viel. Nee, aber Weimar wird die Welt retten. Denn in Weimar wurde ein Antikörperschnelltest entwickelt. Okay, davon habe ich gar nichts gehört. Der erste, die Firma heißt wohl Senova, die machen diagnostische Verfahren, stellen die her und haben einen Antikörpertest entwickelt, der innerhalb von 10 Minuten dir sagen kann, ob du infiziert bist oder halt nicht infiziert bist. Okay, krass. Ist der aber schon fertig getestet und so? Also sie stellen die wohl gerade in Massen her. Schön. Na dann, wann gibt es bei uns das erste hier Drive-Through-Schnelltest-Ressort? Ja, Herr Kleine, was sagen Sie? Also ich hätte schon längst so einen Test gemacht, wenn der irgendwie in 10 Minuten machbar ist und kostenlos ist. Du musst, glaube ich, zum Arzt gehen, ne? Kann das sein? Oder zum Gesundheitsamt? Oder keine Ahnung. Zum Arzt werde ich halt nicht gehen. Weil da sind die ganzen Volkes seuchten. Das weiß ich auch nicht. International, Tino. Passend zum Thema. Der Präsident von Belarus hat gesagt, irgendwas Absagen kommt überhaupt nicht infrage, denn Wodka und Saunas werden alles an Viren abhalten. Ja, toll. Gell? Saufen gegen Corona, also doch jetzt, ja? Genau. War es noch keine Fehlmeldung. Wodka und in die Sauna gehen. Ich finde es schön, dass wir in so Krisenzeiten so sehr kompetente Führer haben, sage ich mal ganz vorsichtig. Wir haben noch einen sehr kompetenten Führer. Der nimmt es vielleicht ein bisschen zu ernst, denn Duterte oder Duterte, ich weiß aber nicht, wie man den aussprechen soll. Wir haben schon öfter über den gesprochen. Der kleine Hitler der Philippinen, ja? Der lässt alle umbringen, die sich nicht an die Ausgangssperren und an die Regelung halten. Ach du, der hat sie, ja, der. Shoot them all, hat er gesagt. Wenn er es hat. Ja, aber also, ne? Da wird keine Familie in Feier draußen mit zehn Kindern gefeiert bei denen. Du musst aber zugeben, dass das jetzt ein anderes Extrem ist. Vielleicht ein bisschen. Aber der ist halt auch schon seit Jahren ein anderes Extrem. und lässt auch Drogen, äh, Drogenmissbrauchende erschießen und so. Aber darf der das denn? An dieser Stelle, wir hatten das schon mal im Brennpunkt, der, der darf alles. Also, Philippinen ist halt eh so ein bisschen kritisch, ne? An dieser Stelle kann ich auf jeden Fall nochmal, äh, ich glaube, wie hieß der? Boom Bust. Ein philippinischer Film, der sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt. Also, es ist in erster Linie ein Actionfilm. Und einer der besteren philippinischen Filme, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich kenne nur den einen, aber der ist schon nicht schlecht. Und, ähm, der greift das so ein bisschen auf, dass die Philippinen quasi auch so ein bisschen davon profitieren, dass es diesen, diesen Krieg gegen Drogen gibt. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Aber im Grunde werden die, die, die Leute, die Drogen nehmen, abgeknallt. Aber gleichzeitig will die Regierung auch, dass es so einen florierenden Markt gibt. Es ist ziemlich absurd. Also so ein bisschen erschießen quasi, so ein paar Uhr. Man muss immer die Mitte finden, den Mittelweg. Das machen die richtig. Dann war diese Woche auf jeden Fall die WHO krass in der Kritik. Und zwar wegen Taiwan. Es gab ein Interview, das ist viral gegangen. Das war ein so ein, ich weiß nicht, ob es der Chef war. Auf jeden Fall ein ranghohes Tier der WHO. Das sind übrigens die Leute, die MCM durchs Fenster beobachten. Laut seiner Aussage. Der hat ein Interview gegeben und wurde dann gefragt, also von einer Asiatin, wahrscheinlich von einer Taiwanesin, wurde gefragt, wie er denn die Maßnahmen von Taiwan einschätzt gegen Corona. Also die Maßnahmen im Kampf gegen Corona. Und da antwortet er nicht drauf. Wir wissen ja alle, das hatten wir auch im Brennpunkt öfter als Thema, Taiwan unabhängig von China. China sieht das anders. Und er hat nicht geantwortet. Und dann stellt sie die Frage nochmal und dann sagt er, I didn't hear you. Und dann stellt sie die Frage nochmal und er sagt, oh nee, ist okay, muss die Frage nicht nochmal stellen, kommen wir zur nächsten. Dann stellt sie die Frage nochmal und dann legt er einfach auf. Dann rufen sie zurück, sie stellt die Frage nochmal und dann sagt er, wir haben bereits ausführlich über China geredet, danke für das Gespräch, auf Wiedersehen. Und das ist sehr, sehr absurd, also ohne Spaß, das ist halt so, er ist quasi so ein Chinas Bitch oder was auch immer. Auf jeden Fall, also der ist ja, der sollte ja eigentlich Ahnung haben von PR und so, dass das kein guter Move ist. Also es wirkt halt echt krass, als steht da einer mit der Knarre neben ihm. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber das ging auf jeden Fall richtig rum diese Woche. Das ist, es ist halt so unelegant gelöst. Wenn man jetzt schon irgendwie nicht zugeben will, dass Taiwan irgendwie eine unabhängige Region ist, dann kann man das doch eventuell etwas geschickter verpacken und sagen, ja, das ist ja da so nicht ganz einfach oder was weiß ich. Aber es ist so ungeschickt, einfach aufzulegen. Das ist wirklich, es könnte aus The Office sein oder so. Es ist wirklich so Sitcom mäßig. Unfassbar. Nee, sorry, ich bin im Brünnel, ich muss auflegen. Ja, zum Beispiel. Die können zur Zeit auf die Frage nicht antworten. Taiwan, Interview, WHO, müsst ihr da eigentlich finden. Okay, krass. Ja. Also es ist halt wirklich auch das, ich schicke euch das mal rein, weil es ist wirklich so, also wenn es halt in der Serie wäre, wäre es perfektes Comedic Timing, ohne Spaß. Nun gut, das auf jeden Fall diese Woche in dieser Region. Auch in China. Was macht denn eigentlich der Coronavirus mit den ganzen Protesten, die es da gab in China? Also, weiß nicht, ob das mit den Protesten zusammenhängt, aber Shenzhen ist jetzt die erste Stadt, die stadtweit bandt, Katzen und Hunde und andere skettiert zu essen. Es gibt ja diese Wet Markets, die sehr zur Verantwortung gezogen werden, was diesen Ausbruch angeht, wo dann lebende Tiere hin und her getauscht werden, auch halt auf Fledermäuse und so weiter. Und das ist ein erster Schritt. Aber kann es denn sein, dass der Coronavirus absichtlich in China entstanden ist, um die vielen Demos einzuschränken? Kann es denn sein? Schade. Also absichtlich ist ein Wort, das würde ich da, also ja, es kann alles sein, aber ich würde jetzt erstmal von absichtlich nicht ausgehen. Gibt es das schon, gibt es das schon, diese Verschwörungstheorie, dass die taiwanesischen Proteste eingeschränkt werden? Na gut, deswegen wahrscheinlich nicht, aber es gibt auf jeden Fall... Von der habe ich nicht gehört, aber es wurde schon oft davon geredet, dass es halt eine Biowaffe ist, ne? Ja, genau, weil halt in Wuhan auch so ein Labor ist, aber der größte Bullshit ist halt, oh ja, da haben schon mal Leute, sind das schon mal durchgegangen, dass es mal eine Pandemie geben kann. Und jetzt ist das eingetroffen. Mind blown. Es ist alles geplant. Das ist so ein Bullshit. Da gibt es gerade so ein Video viral von einem, der auf Netflix so eine chinesische Serie guckt, wo die von einem Coronavirus sprechen, der innerhalb von wenigen Minuten die Lunge befällt. Da erzählt er dann in dem Video, siehst du, die haben das schon vor zwei Jahren produziert, diese Serie, die wussten schon, dass Corona kommen wird. Ja, Corona ist ja nur das Aussehen von dem Virus. Es gibt ja viele verschiedene Coronaviren. SARS 2003 war ja auch schon ein Coronavirus. Ja, richtig. Darum geht es ja. Naja, egal. Hat nicht irgendein Buchautor damals das Sinken der Titanic vorausgesagt? Ja. Verschwörungstheorie, der hat den Eisberg denn gebaut? Wahrscheinlich. Der war das. Entschuldigung, dass ich gerade den Film gespoilert habe. Oh nein, das hatten wir neulich im Stream als Diskussion. Titanic ist echt ein ganz guter Film. Ich finde, der Ruf von wegen, oh ja, da muss man mit einer Freundin ins Kino oder so ein Scheiß voll die rumkommen, das ist ein guter Film. Echt findest du? Ich fand's nicht so spannend. Echt? Ich wusste, was passiert am Ende. Der ist nicht der beste Film, den es gibt und so weiter und so fort, aber der ist an sich, das ist ein Actionfilm eigentlich. Egal. Ich würde sagen, wir kommen noch zu unserem allerbesten Freund Donald Trump kurz und dann schließen wir diese Corona-Scheiße mal ab, damit wir noch ein paar andere Themen reinballern können. Ja. Herr Rodas hat sich so eine schöne Trump-Kompilation angeschaut. Als Trump gerade an die, oder kurz davor war, an die Macht zu kommen, haben alle gesagt, so, äh, Trump und voll schlimm und voll schlimm und ich hab immer versucht, weil ich mich immer nicht der allgemeinen Meinung anschließen möchte, Punkte zu finden, wo vielleicht irgendwie nicht ganz so schlecht ist, dass er an die Macht kommt. Aber ohne Scheiß, selbst wenn man es versucht, es ist nicht mehr möglich. Ja. Ich hab damals auch gesagt, lass den erstmal ein, zwei Monate machen und dann gucken wir. Aber mittlerweile, ne? Ja, also die Compilation zeigt einfach nur die Zahl der Infizierten, also das Datum, die Zahl der Infizierten und Trumps Reaktion, wie er halt immer weiter versucht, ja, nö, ist alles gut, wir haben zwar grad ein paar Leute, aber in ein paar Tagen sind's null, so ungefähr. Ist ganz interessant. Mein Lieblingszitat war, es sind Menschen gestorben, die noch nie, noch nie zuvor gestorben sind. Ja, großartig. Leugnet er da die Reinkarnation, ja? Ja. So, und Nancy Pelosi, die Sprecherin des Hauses, sagt jetzt, es muss auf jeden Fall Wahl per E-Mail geben, was absolut gegen den Strich geht für ihn, denn die Boomer, die werden dann wahrscheinlich weniger wählen. Ja, denke ich auch. Aber in diesen Zeiten ist das schon das Vernünftigste, was man machen kann. Selbst Brief, ja, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich auch Brief als Option geben, aber ich kann mir vorstellen, dass das, also, selbst da kann ja theoretisch Husten rein verschickt werden. Aber nicht E-Mail, oder? Wahrscheinlich werden die wieder so eine App entwickeln oder so eine Homepage machen, wo man draufklicken muss. Vielleicht. Aber es wird auf jeden Fall von Voting by Mail. Das ist halt hart, also so weit entfernt ist jetzt die Präsidentschaftswahl nicht mehr, ne? Wann ist die im Dezember? November? Im November. Und amt zertritt ist dann Januar. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann von dem Recht Gebrauch macht, so Krisenzeit, das gibt's tatsächlich, dass dann irgendwie der amtierende Präsident erstmal noch bleibt. Gut, dann wäre jetzt halt meine Vermutung, dass er diese Krise erst in Amerika hat entstehen lassen, dadurch, dass dann, um halt diese Krise, also, er hat Corona nicht ernst genug genommen, er hat's nicht eingedämmt, damit es zu einer Krise kommt, ähm, damit dann halt, ähm, er von diesem Recht Gebrauch machen kann. Maybe. Ich weiß nicht, ob ich ihm so viel attestieren würde, so viel Voraussicht, aber ja, es ist eine Option. Es, es ist eine Möglichkeit, ich würde nicht sagen, dass es so ist. Naja. Und dann noch ein, ein letzter Nachtrag aus Amerika, denn wir hatten das hier auch und ich wollte es einfach nur nochmal anbringen, weil wir darüber gesprochen haben. Äh, dieser Senator, ne, die Senatorin, Kenny Löffler, die, äh, diese Informationen, also sie wusste ja vorher, wie schlimm das wird quasi, weil sie interne politische Gespräche geführt hat und hat dann ihre Aktien verkauft. Und es sind... Hast du jetzt gewusst? Die hat's gewusst, genau. Hat quasi mit, hat Profit rausgeschlagen mit, äh, politisch internen Informationen. Egal, die hat 18 Millionen mehr an Aktien verkauft, als ursprünglich, ähm, äh, bekannt geworden ist. Das heißt, sehr, sehr viel. Und die größte Schlagzeile in dieser Richtung war diese Woche, es sollte euch sehr viel Angst machen, dass Senatoren denken, dass sie damit davonkommen, dass das keiner mitbekommt. Und dann ist mir auch so klar geworden, ja, also, das muss doch irgendwie denen klar sein, dass man das rafft. So. Von welcher Partei ist die? Die ist Republikanerin. Oh. Überraschung. Überrascht mich nicht wirklich. Ja. Ja, aber das jetzt erstmals diese Corona-Scheiße, ich würde sagen, wir kommen mal zu anderen Sachen, die so ein bisschen damit zu tun haben, vielleicht der Übergang über Tanzverbot. Der hat nämlich ein Video gemacht, ja, und ist völlig entsetzt. Und ich konnte mich tatsächlich ein bisschen reinfühlen. Tanzverbot ist mir sonst weitestgehend egal. Aber der sitzt jetzt alleine auf Madeira fest, hat nicht mal irgendwie fließend Internet, hat irgendwie keinen richtigen Computer. Der sitzt da nur in der Wohnung und kann nichts tun und hat so ein bisschen, hat sich so ein bisschen Luft gemacht. Und das ist auch ganz schön abgegangen. Ist der ohne Laptop und so und da zu ohne gefahren? Nee, der hat schon ein Laptop. Hm. Aber halt kein Gaming-Laptop. Das heißt, er kann nichts spielen. Der sitzt halt jetzt auf Madeira in dieser Wohnung, er kommt ja nicht weg. Er hat keinen Kontakt mehr zu irgendwem. Das ist schon, ist schon hart. Aber der Rest ist noch da von den Leuten. Nee, also viele sind abgereist und, ähm, also Touristen sollten sowieso gehen. Hm. Touristen sind gar nicht mehr da. Auf den Straßen ist keiner mehr und ich glaube, Madeira hat nicht mal Infizierte, ne? Aber der Simon, der ist doch, der wohnt doch dort, dachte ich. Der wohnt noch, aber die haben halt keinen Kontakt. Die sprechen irgendwie nicht mal über Skype. Ich weiß nicht, weil die vielleicht vorher nicht mehr, ich will jetzt auch nicht zu ausführlich. Es war einfach nur so ein Punkt, wo ich dachte, okay, da kann ich mich jetzt mal reinfühlen. Auch wenn mir Tanzverbot sonst egal ist. Aber das ist schon hart. Wenn du wirklich so richtig abgeschieden bist. Ich meine, selbst wenn er mit den Leuten Kontakt hätte, das ist halt trotzdem eine kleine Insel so. Aber ich dachte, die wohnen gemeinsam. Nee, nee. Der wohnt in seiner eigenen Wohnung und sieht quasi keinen Menschen. Und das wird halt ein übelster Rückfall. Also, der sollte ja da hin, um irgendwie zu trainieren. Es bleibt anzunehmen. Ich hoffe natürlich, dass es kein Rückfall wird. Aber wenn das Ganze, wenn man halt aus einem Erlebnis rausgeht und das Letzte, was man damit verbindet, ist was Negatives, dann wird es insgesamt eher rückblickend als negativ betrachtet. Und das ist die Sache, die halt echt schade ist, weil es war so ein geiles Projekt eigentlich. Soll ich kurz für unsere Oma-Zuschörer kurz zusammenfassen, was es mit Tanzverbot auf sich hat? Das ist einer, der ist halt damit groß geworden, dass er sehr viel Meckes gegessen hat, sehr dick war und sehr viel ungesundes Zeug gegessen hat und das halt gefilmt hat. Und irgendwann hat ein anderer YouTuber, der ist Veganer, den zu sich auf die Insel geholt, um halt abzunehmen. Ja. Sehr schön zusammengefasst. So, jetzt würde ich aber dann doch nochmal was ansprechen, was ein bisschen witziger ist. Und Herodes ist da perfekt, der ist nämlich Experte. Der hat sich damit ausführlich beschäftigt. Es geht um die Doku von Miguel Pablo. Tino hatte ja groß Recht gehabt, dass Miguel Pablo nicht wirklich schwul ist. Und dann hat er gesagt, ey, das war alles ein Experiment und ich habe da so eine Doku, an der ich arbeite. Und jetzt, Tino, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, jetzt ist die Doku tatsächlich veröffentlicht worden. Ehrlich? Auf YouTube? Ja. Herodes, was ist denn das für eine Doku? Ähm, es ist eine Doku, die, also von Profis auf jeden Fall, mit Drohnenaufnahmen, epischer Musik hinterlegt, eineinhalb Stunden lang. Nicht, sie geht sechs Minuten, besteht aus drei Szenen. Und diese Szenen sind alle unscharf gefilmt. Es werden Kommentare vorgelesen und Szenen von früher gezeigt, also ohne irgendeinen Mehrwert. Und halt auch so dieses, ja, dass ihr seht, dass das jetzt früher ist, weil hier habe ich gerade meine Dreadlock-Frisur. Das ist alles ganz, ganz komisch gemacht. Also wirklich, Tino, guck dir das mal an, das ist ganz, ganz finster. Ich wollte mal gucken, ob das jetzt irgendwie durch die Decke gegangen ist oder ob das allen scheißegal ist. Ja, ich suche es gerade in den Trends. Nee, in den Trends wirst du es nicht finden. Es ist schon ein paar Tage älter. Ach so. Vor zwei Tagen, ich brauche eure Hilfe, 50.000 Aufrufe. Ich glaube, der ist echt, der ist over. Da geht nicht mehr. Übrigens, in dem Video, ich brauche eure Hilfe, geht es darum, ob er sich die Tattoos unter den Augen entfernen lassen soll, ja oder nein. Und wenn, ob er sich die dann wieder neue hinstechen soll. Also der Typ ist so kerndämlich. Also du bist jetzt Fanboy oder was? Ich finde, also das ist so Unfall und man kann nicht weggucken. Also ja, ich habe ihn abonniert, weil ich halt wirklich geglaubt habe, es kommt nichts mehr. Ich habe ja erzählt, dass ich gerne Kanäle abonniere, wo ich glaube, da kommt nichts mehr wie Pong oder wenn irgendein YouTuber stirbt. Aber da kam halt noch was und das ist fürchterlich unterhaltsam, zuzusehen. Also, ja, wie semi-subtil dumm er ist. Okay. Ja. Okay, dann halt uns da schön auf dem Laufenden. Immer gerne. Mal gucken, was da noch so kommt. Aber die Klickzahlen gehen auf jeden Fall hart zurück. Selbst die Doku hat tatsächlich nur 112.000 Aufrufe. Also langsam hat das wahrscheinlich wirklich verspielt. Naja. Ja, also wir würden uns um solche Klicks natürlich schlagen, aber aus deiner Perspektive ist es wenig. Er hat aber auch sehr viele mehr Abonnenten als was da auf TV. Also ich kann die Karte nicht finden, die Doku. Mein Outing, die Doku heißt das. Das ist sein, das ist, der hat schon wieder sechs Videos seitdem hochgeladen. Mein Outing, die Doku, finde ich bei ihm gerade gar nicht. Egal, ein anderer großer Shitstorm diese Woche, von dem ihr wahrscheinlich nichts mitbekommen habt. Ich weiß nicht, ob ihr iDubbs kennt. Der hat, äh, zu großer Bekanntheit ist er gekommen, ist er gekommen, alter. Ja, älalalalalalala. Durch die Content Cop Serie. Ich glaube, Tino hat immer darüber gesprochen. Wie heißt der? iDubbs. Genau. Content Cop. Den kennst du. So, und der hat diese Woche, das hat wohl auch letzte Woche schon angefangen, aber der hat so ein, also, das ist so krass diskutiert worden. Und es ist für mich so eine Sache, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also, iDubbs hat eine Freundin. Oh. Und die hat sich jetzt entschieden, einen Onlyfans-Account zu machen. Sprich, sowas wie, äh, Snapchat Premium, haha, ihr kriegt, äh, semi-nackte Bilder von mir. Bis, bis ganz nackte Videos, äh, und Bilder. Und auf einmal, ich weiß nicht, warum, drehen alle übelst durch, er wird immer als Zimp bezeichnet, also so, so Weichei oder so, ja, also, ich kann sich gar, also der Punkt ist, die Leute sagen, das geht jetzt gar nicht, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Also, auf der einen Seite schaut sich jeder Porn an, auf der anderen Seite kommen dann tausende Leute an und sagen, was, du, du stellst Bilder von dir nackt online, du bist nichts wert, so. Also, schon alleine da ist irgendwie so eine kleine Diskrepanz, meiner Meinung nach. Und... Das ist doch immer so, dass die, dass alle Männer wollen mal den geilsten Sex und den geilsten Blowjob haben, aber wenn es irgendwie heißt, ähm, die und die hat den Leuten eingeblasen, ist ja voll die Bitch. Ja, also Sim, 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 ist so das Wort der Stunde. Und selbst, selbst PewDiePie hat dann darüber noch ein Video gemacht, ja, also es geht wirklich bis ganz nach oben. Kurz in Zwischenfrage, die Person, die diese Nacktfotos macht, ist es ein Mann oder eine Frau? Das ist seine Freundin, eine Frau. Von, von wem nochmal die Frau? Ich hab grad irgendwie... Von iDubbs. Von iDubbs, der sehr bekannt ist im englischsprachigen Raum, weil der... Ach so, iDubbs ist ein Kerl und die Freundin... Genau, iDubbs ist ein Kerl, der hat Content-Cop gemacht, also... Das heißt, er hat wirklich immer mehrere, zehnfache Millionen Aufrufe gehabt, weil er halt quasi so andere YouTuber auseinandergenommen hat, die Scheiße gebaut haben. Content-Cop. Und das heißt, weil er seiner Freundin diese Freiheit... Inhaltspolizei. Genau. Weil er seiner Freundin diese Freiheit lässt, ist er jetzt weichei. Ja, also, ihr merkt schon, also, ich kann's gar nicht richtig irgendwie formulieren, was jetzt genau das Problem ist, aber es, also, selbst sein Video, wo er es dann aufklärt, wo er meiner Meinung nach sehr schlüssig erklärt, Alter, das, das ist ne Pussy, das ist halt nichts Besonderes, das wird nicht weniger wert, wenn das jetzt mehr sehen oder nicht, das ist einfach nur, also, es gibt keine besondere Scheide auf der Welt, so. Und, und trotzdem hat dieses Video ultra viele Dislikes, also, ich komm nicht ganz dahinter, was jetzt genau das Problem ist. Das ist vielleicht manchmal auch so ein Stück weit, ein Stück weit Leid. Jetzt hab ich Herr Rodes gar nicht gehört. Kein Problem. Bitte? Das ist, ähm, mit dem, mit diesem, äh, mit dieser Schlampe und so Zeugs, ist halt so ein Ego-Ding von Kerlen, ne? Also, ja, was Tino schon sagt, alle Leute wollen wahrscheinlich, ja, einen geilen, ja, ich weiß nicht, also, du sagst es ja, es ist total widersprüchlich, dass man ein Mädel mit viel Erfahrung haben will, das aber sonst sich sexuell nicht auslebt, so. Aber das ist halt ein komplettes Ego-Ding und total widersprüchlich. Also, für mich ist das Ding, ja, also, man kann das ja für sich selber entscheiden, dass man das nicht cool findet, wenn die eigene Freundin das macht. Aber andere haben das ja nicht zu entscheiden. Also, wenn er für sich sagt, es ist okay für ihn, dann ist die Sache für mich halt gegessen. Ja, sehe ich auch so. Aber, also, das ist halt wirklich ein riesen Ding. Und ich sehe, ich habe hier das Video nochmal auf, es hat mittlerweile vier Millionen Aufrufe, er sagt halt hier, Sexworkers, Idubs Complaints heißt das, hat, äh, 362.000, äh, Daumen nach oben, aber auch 200.000 nach unten. Also, es ist halt wirklich, oder, äh, wirklich, ich konnte in seiner Argumentation jetzt nicht so viele Lücken sehen. Und überhaupt, dass die Leute, also, vielleicht ist es halt wirklich, weil gerade Flaute ist, durch, durch Corona, dass irgendwie nichts passiert, dass das da so aufgeblasen wurde. Es sagen auch ein paar Leute, dass die Freundin an sich halt kein guter Mensch ist, so von mir aus, aber das hat ja mit alles nichts zu tun. Ob die jetzt halt irgendwie Nacktfotos von sich teilt oder nicht, soll sie halt machen. Und wenn es cool für ihn ist, ist es halt cool für ihn. Das ist echt so unrelevant eigentlich, was sich da so, die Menschen so reinhängen. Ja, aber es wurde halt dadurch relevant, dass alle darüber reden. Das ist super groß geworden. Da sollen sie eben entweder den Account kaufen von der oder halt nicht. Ja. Ich kauf's nicht. Richtig dumm. Also, ich, ich kann's nicht ganz nachvollziehen. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt, äh, bei den anderen Themen schon, aber hier würde ich jetzt nicht unbedingt eine, eine Empfehlung aussprechen, sich das rein, reinzuziehen. Das war nur so mein absolut unverständlicher Shitstorm diese Woche. Du hast es dir angesehen, damit es andere nicht sehen müssen. Was haben wir? Habt ihr das, dass euch Frauen tendenziell weniger attraktiv werden, wenn ihr merkt oder wisst, dass die sehr, sehr leicht rumzukriegen sind und auch sehr, sehr oft mit verschiedenen Leuten rummachen? Nicht zwangsläufig, nee. Das hab ich noch oft gehört von Leuten. Ich hab das tatsächlich so ein bisschen. Ja, ich hab das noch oft gehört. Ja, vielleicht hast du da auch ein Bias, weil das noch in dir drin ist. Ja, vielleicht ist es einfach ein veraltetes Weltbild. Vielleicht. Also, ich finde das an sich eigentlich nichts Negatives. Also, ich hab halt lieber jemand Erfahrenes als jemanden, der halt super Brüde oder was auch immer ist, weißt du? Also, ohne jetzt Brüde-Shaming zu betreiben. Brüde-Shaming. Aber ihr wisst schon, glaube ich, was ich meine. Also, ich sag mal so, Brüde-Shaming spricht sich besser aus als Brüde-Breit. Das stimmt. Ja, also, es ist natürlich auf der anderen Seite auch irgendwie sehr, sehr schön, wenn Leute irgendwie sich ausprobieren. Das erste Mal so und irgendwie ist eher egal. Also, falls es jetzt interessant ist, ich mach einen großen Unterschied zwischen, eine Frau lebt sich sexuell aus und eine Frau nimmt jeden. So, die Frage ist, wenn jetzt ein Mädchen oder eine Frau so einige Kerle wirklich so gut findet und sich mit denen so gut versteht, dass sie halt einfach mehrere Sachen am Laufen hat. Jetzt hab ich vergessen, wie der Satz beginnt, aber das finde ich völlig in Ordnung, während ich ein Mädchen, das in den Club geht und sich von Typen, den sie halt seit Kurzem kennt, so seit paar Minuten oder paar Stunden kennt, abschleppen lässt. Jetzt hab ich schon wieder vergessen, wie der Satz begonnen hat. Aber guck, aber... Und das finde ich nicht so gut. Ich bin der Letzte, der sagt, guck doch mal hier, Sexismus und so. Okay, vielleicht nicht der Letzte. Du weißt, wie ich es meine, aber so Political Correctness ist ja jetzt nicht unbedingt meine Fahne, die ich mir so aufstecke. Aber selbst ich sage, in diesem Szenario wird ja auch schon dieses Abschleppen, weißt du, das ist ja dann schon eine sehr einseitige Darstellung, weißt du? Dass sie abgeschleppt wird, dass das kein beidseitiges Einvernehmen ist, sondern der Kerl schleppt ab. Das heißt, sie ist die passive Person dabei irgendwie oder... Genau, ja. Und andererseits weiß ich nicht, also ist ja für dich okay, wenn du das auch andersrum so handhabst. Wenn du jetzt in den Club gehen würdest und da jemanden kennenlernst, dann sagen würdest, ich kenne dich jetzt aber erst eine Stunde, mit dir gehe ich jetzt mal nicht mit. Wenn du diesen Standard auch bei dir anlegst, dann ist das okay. Aber wenn das andersrum nicht okay wäre, würde ich sagen, da ist halt schon irgendwie so ein Doppelstandard so ein bisschen. Ja klar, aber der Punkt ist, ich muss mich selbst ja nicht attraktiv finden. Der Punkt ist, es ist für mich wirklich nur eine Sache des Wunsches, ja sag ich mal attraktiv jetzt als Wunsch, mit der Frau ins Bett zu gehen. Jetzt mal als Definition. Und ich sag mal, wenn ich jetzt merke, dass ein Mädchen zum Beispiel in einem Club schon mit drei Kerlen rumgemacht hat, dann habe ich ja eher weniger so die Tendenz darauf zu sagen, boah, die möchte ich jetzt. Ich sag nicht, also du sagst, es ist okay, dass ich die dann weniger mag oder so, aber es ist wirklich eine Frage der Attraktivität. Also ich finde diesen Punkt sehr schwierig, wenn ich sehe, dass irgendwie eine Frau schon mit drei Leuten rumknutscht auf der gleichen Party, dann mache ich das deswegen nicht mit ihr, weil er schon Konkurrenz da ist, weißt du? Okay, krass. Also mein erster Impuls oder meine erste Interpretation war jetzt, okay, die ist keine Herausforderung oder sowas, dass das für euch eine Rolle spielt oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, woanders liegt, das ist halt ein Gefühl, aber was ich jetzt Tino gern fragen würde, wenn Konkurrenz da ist, ist doch viel geiler, wenn man das Gefühl hat, dass man die jetzt quasi, ja ich sag mal in Anführungsstrichen, geschlagen hat und am Ende mit dem Mädchen heim geht oder nicht? Ach nö, so einer bin ich nicht. Das ist mir dann auch wieder zu aufwendig. Ach krass. Naja, die sind ja schon viel weiter als ich in dem Punkt, ja? Ja, Tino ist Generation Tinder, man. Also mehr als nach links und rechts swipen geht halt einfach nicht, man. Der Offwand. Das stimmt ja auch nicht, aber weißt du, was ich meine? Wenn jetzt schon die drei Kerle mit ihr am Rummachen sind und sie antanzen die ganze Zeit, dann will ich nicht noch dazukommen und diese Frau dann als Objekt irgendwie der Begierden und auch noch antanzen. Na, die Frage ist, was wäre, wenn sie jetzt, keine Ahnung, mit dir das Gespräch sucht oder so und sagt, boah, die drei, die finde ich voll komisch, wer bist du denn so? Wäre das für dich nicht irgendwie ein geiles Gefühl? Ja, das schon. Dann ja, wenn sie echt das nicht will mit den anderen Typen und dann mich aussucht und sagt, hier, die drei sind vollidioten, ich will lieber zu dir, dann ist es wieder in Ordnung. Finde ich zumindest. Oder du siehst, sie wird angetanzt und mag das nicht und geht irgendwie an die Bar und will irgendwie, macht gerade irgendwas und du gehst jetzt hin und versuchst es auf eine ganz andere Art und Weise, dass du sie vielleicht, dass die irgendwas erzählst oder so. Würdest du das machen oder würdest du auch sagen, nee, die hat schon Konkurrenz? Nö, dann nicht. Also wenn ich merke, irgendwie, sie ist nicht ganz dahinter irgendwie und finde die Typen nicht so geil, dann würde ich mich da schon einklinken oder würde versuchen, sie zu retten sozusagen, weißt du? Oh, Tino, der White Knight. Kann die Frau sich nicht gefälligst selber retten? Wer bist du denn, sie von oben herab so zu behandeln? Das geht manchmal nicht anders. Es ist ja irgendwo auch ein Rollenspiel, wenn man im Club ist, ne? Ich würfel mal einen kritischen Erfolg. Aber du siehst doch, wie komisch sich Mann und Frau im Club manchmal verhalten. Das ist ja dann wirklich, dass sie so tut, als findet sie ihn blöd, um irgendwas damit zu erreichen, obwohl sie ihn halt übelst geil für so ein Zeug haltet. Also bei dem Scheiß bin ich übrigens sofort raus. Den Scheiß mache ich gar nicht mit. Das ist mir zu dumm. Also ich stehe auf Offenheit und Direktsein und so und gerne auch ein bisschen durch im Schädel von mir aus, aber was willst du denn von mir jetzt? Nee, Alter, da bin ich raus. Fuck off, Alter. Fuck off, geht bitte, geht. Ja, wenn dann die Person... Rated jemand anderen. Ja, wenn die Person irgendwie anfängt von wegen, ich will gar nicht so und spielt nur mit mir, dann würde ich auch sagen, daneben nicht. Wenn du Nein sagst, dann heißt es für mich Nein. Ja. Ja, es gibt ja verschiedene Neins, ne? Ich weiß, ich lege mich da nicht weit aus dem Fenster, aber es gibt ja wirklich verschiedene Neins. Sagte Ted, wie heißt er, Ted Bundy? Wie hieß er? Ach, ist egal. Bundy Stinson. Das lasse ich mal so stehen. Nein, also ich würde da auch mitgehen. Ich finde ich, sollte man nicht. Das ist halt echt ein Thema, das man diskutieren könnte. Ja, also ich habe da jetzt natürlich spaßeshalber so ein bisschen einen Skandal draus gemacht, aber ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Neins. Und wer was anderes sagt, ist einfach ein dummer Hurensohn, Tino. Ja, also Nein heißt Nein, bla bla, aber trotzdem gibt es halt Leute, die, ja. Nee, für mich heißt Nein. Das verstehe ich schon. Wenn mir die Person sagt Nein, dann höre ich halt auf. Ja, für mich ja auch. Ich habe auch gesagt, ich mache dieses Spirenzchen nicht mit, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mag es, wenn man direkt ist und ehrlich und so. Genau. Aber natürlich mag ich auch Ironie und so, aber dann muss das halt klar rüberkommen. Na, wenn ihr jetzt nur spielt, dann würde ich auch sagen, dann hast du halt Pech gehabt. So hättest du halt gleich gesagt, ja, ich habe Bock. Ja. Naja. Das meine ich halt. Ich finde, das nimmt ein bisschen den Reiz raus, wenn man direkt darüber spricht, was halt jetzt passieren wird in den nächsten halben Stunden oder so. Auch noch nicht. Ja. Nein, so muss es ja nicht sein. Das meine ich jetzt auch nicht. Aber, also ganz ehrlich, zum Beispiel, wer freut sich denn nicht, ein Kompliment zu bekommen? So. Ja. Und dann sage ich doch lieber irgendwie zu einer Person, ey, du siehst aber gut aus, statt zu sagen, na, du hässliches Stück, haha. Das kann sich ja steigern. Vielleicht würde ich das auch machen, aber weißt du, was ich meine so. Na, man kann sich ja steigern, man muss ja nicht sofort sagen, hier, ich will mit dir ins Bett, sondern man kann ja sich so steigern langsam im Laufe des Abends. Naja, wir müssen die Woche zusammenfassen, Leute. Wir haben die Stunde schon voll. Wir haben jetzt überhaupt noch das Thema. Naja, weil alte Eidabs eine Freundin hat, die ihre Mumie zeigt. Uff, okay. Ja. Und das ist halt auch noch mal was anderes, ne? Also da hat er halt schon einen Punkt. Wenn er sagt, für ihn ist es in Ordnung, ich fände es nicht so geil, aber wenn er sagt, für ihn ist es in Ordnung, kann ich das absolut mitgehen, wenn er sagt, wie viele das jetzt sehen, macht die Frau nicht weniger oder mehr wert. Das wäre mir Rille, weil andere dürfen sie nur sehen und du darfst sie halt dann haben. Ich sag mal, objektiv ist es so, aber mein Gefühl würde sagen, dass ich, ich fände zum Beispiel so ein Bild deutlich uninteressanter, wenn es ganz, ganz viele sehen können. Hm. Vielleicht. Aber das ist halt wirklich nur ein Gefühl, das kann ich halt logisch nicht begründen, so. Hm. Ja, Exklusivität, klar, aber die Exklusivität hast du ja doch nicht, was Tino auch gesagt hat. So. Das, das Bild an sich, klar, ihm wäre das Bild wahrscheinlich auch egal. Egal, wir müssen wirklich die Woche zusammenfassen. Ich werfe jetzt mal eine Achte in den Raum. Da unser Spargel gerettet ist, würde ich auch auf eine Acht gehen. Wir hatten letzte Woche eine Neun, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass so die krassen Events diese Woche waren und durch diesen Pseudo-Skandal hier ziehe ich einen Punkt ab. Nee, es geht eher weiter. Das ist vergleichsweise öde. Ja. Finde ich auch. Aber wir haben die Million geknackt, also. Deswegen ist die Acht, finde ich, angemessen für die Woche. Näh. Näh, viel weniger. Du willst runter? Was macht die Woche jetzt im Gegensatz zur letzten Woche krass? Naja, sie ist ja weniger krass als letzte Woche und wir haben halt trotzdem noch eine Pandemie weltweit und deswegen ist das schon, da muss halt der Grundmaßstab ein bisschen hochgehoben werden. Eben, deshalb würde ich sagen, deutlich geringere Bewertung. Dann gehen wir auf 7,5. Warum? Ja, also wir haben die Million geknackt, wir haben halt immer noch ein Event, was in der Menschheitsgeschichte noch nie so passiert ist, dass ein weltweiter Lockdown passiert. Ja, aber das macht die Woche nicht krass, das macht vielleicht das halbe Jahr krass, aber nicht die Woche. 7, tiefer gehe ich nicht. Nein. Was macht das? Was macht die Woche denn bitte zu einer 7? Es war übelst langweilig, es ist nichts passiert. Tino, was sagst du? Komm, ich lese gerade hier Busenbeschwörung bei Big Brother. 7, komm. Minus 2, ich bin raus. 6,5, letztes Wort. Warum denn nur? Die Woche kriegt immer zwischen 5 und 7. In den letzten Jahren. Die letzte war nur 9. Ja, das waren das, also ganz ehrlich. Was würdest du denn der Woche geben? Was würdest du in der Woche geben? 2. Krass. Hä? Ich habe gar nichts gehört. Hat der was gesagt? Er hat 2 gesagt. 2? Der ist doch besoffen. Deswegen höre ich dir nicht mehr. Naja, ist raus, glaube ich. Ich finde, wir haben über Corona geredet, was schon seit Wochen Thema ist. Und darüber, ob man eine Frau, wenn sie sich vielen Leuten zeigen, mit viel rummacht, attraktiv findet. Das sagt sehr viel über die letzte Woche aus. Ich finde, sie war sehr uninteressant. So uninteressant wie Idabs Freundin jetzt für dich? So uninteressant wie ein Auto. Okay. Wir haben die Rettung aus Weimar. Wir haben Spargel. Wir haben USA als Spitzenreiter. Also das mit Taiwan und der WHO ist halt echt ein großes Ding, muss ich sagen. Wir haben Spargel, das ist doch schon eine Aussage für sich. Ich gehe jetzt auf eine 5. Mein letztes Wort. Alter. Wir sind uns uneinig. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Auf Wiedersehen, Leute. Die Musik, Alter, die Flames mit den Drommelfäller irgendwo rät nach ATM. Tschö. Tschö. Tschö.